Nun sollte man füglich meinen, dass das Chinesische gerade durch seinen logisch-begrifflichen Charakter gewissermaßen zum Werkzeug philosophischen Denkens prädestiniert sein müsste. Nichtsdestoweniger ist dies keineswegs der Fall, denn ein anderes ist der logische Begriff als solcher, ein anderes sein sprachlicher Ausdruck. Dazu kommt, dass Umfang und Inhalt eines Begriffes bekanntlich im umgekehrten Verhältnis zueinander stehen. Wenn also zum Beispiel ein Wort wie ta, das als solches nur den Begriff der Größe oder des Großseins ausdrückt, seine grammatische Geltung als Redeteil aber erst durch seine Stellung im Satzgefüge erhält, mithin bei unveränderter Lautgestalt Größe, groß, sehr, groß sein und groß machen bedeuten kann, so ergibt sich daraus, dass hier dem einen logischen Begriff verschiedene grammatische Begriffe gegenüberstehen, deren keinem ein genaues Äquivalent in der lautlichen Form entspricht. Allerdings verleihen die Stellungsgesetze dem chinesischen Satzbau das starre Gefüge und die logische Schärfe einer algebraischen Formel. Aber dieser Vorzug ist doch nur ein scheinbarer, denn die Sprache arbeitet nicht wie die Algebra mit unbestimmten, sondern mit bestimmten Größen. Es ist denn auch durchaus nichts Seltenes, dass ein und derselbe chinesische Satz grammatisch verschiedene Deutungen zulässt, sodass, wo die grammatische Analyse zu keinem entscheidenden Ergebnis führt, der logische Zusammenhang, und wenn auch dieser nicht ausreicht, der Sprachgebrauch zurate gezogen werden muss.